Hallo, hier ist Saarland Fernsehen 1 und aus der Serie, heute erfahren wir was ganz tolles, sind wir heute in Dachau, nämlich mitten in Bayern, hier ist Uwe Rieder, hallo Uwe. Servus, Sven. Genau, wenn du uns mal ganz kurz erklärst, du bist deutschlandweit bekannt als einer der absoluten Spezialisten, wenn es ums Marketing geht, ja Uwe, ich bin ganz stolz, dich kennenzulernen, hallo. Ich freue mich natürlich, dass du auch hier bist, ich bin nicht Marketing-Spezialist, Sven, sondern ich bin Vertriebsspezialist und zwar bin ich bekannt seit Jahren hier in Deutschland, im deutschsprachigen Raum als sogenannter Vertriebsfreak, das heißt ich kümmere mich die letzten Jahre um professionelle Kundenbetreuung und strukturierte Neukundengewinnung und das ist natürlich für jeden Unternehmen, ja ich sage mal die Creme de la Creme, wer will nicht immer neue Kunden gewinnen und deswegen, ja kommt er auch zu mir. Genau, es ist so, dass die meisten Kunden denken, ich mache was, so zwei-, dreimal eine Anzeige und dann ist natürlich, es passiert erstmal nichts und dann sagen sie, es will keiner kommen, das stimmt nicht, oder? Richtig, ich sage immer einmal ist keinmal, wenn du einmal wirbst oder wenn du einmal eine Aktivität machst, dann ist es besser, geh doch mit deinem Hund spazieren oder kümmere dich um deine Schildkröte, aber lass das Ganze, das bringt überhaupt nichts. Genau und du hast ein System entwickelt, was sehr gut funktioniert, man muss den Kunden zwischen vier und sieben Mal ansprechen, bevor er kauft, ja und du gehst den Kunden manchmal ziemlich auf den Zeiger, denken vielleicht andere, aber du sagst, nee der braucht das, oder? Du bist gut informiert Sven und zwar mein Konzept ist, ich bin Erfinder des Sieben-Stufen-Plans, das heißt, dass du normalerweise nicht drei bis sieben Stufen, sondern mindestens sieben bis zwölf Kontakte brauchst, dass der Gegenüber sagt, ah ja klar, ich will kaufen. Das ist ungefähr so, ich sage immer, wie hast du früher deine Partnerin kennengelernt? Sven, bist du in die Bar reingegangen und hast gesagt, zur Blonden und hast gesagt, hey liebe XY, ich kenne zwar deinen Namen nicht, aber willst du mich heiraten? Was hat die gesagt? Nein. Abhauen. Abhauen, Flucht und wenn möglich keine Schlägerei, du bist noch ohne blauem Auge rausgekommen und hast dann gelernt. Was hast du gemacht? Du bist an die Bar gegangen, hast erst einmal geflirtet, hast erst einmal Goodies gegeben, hast erst einmal Vertrauen aufgebaut, hast vielleicht dann die Telefonnummer bekommen. Früher war es bei mir noch so, dass ich Briefe geschrieben habe, das ist ja heutzutage nicht mehr möglich, sondern es geht WhatsApp, E-Mails und so weiter. Habe dann irgendwann mal auch Blumen geschickt und genau und habe Blumen geschickt und siehe da, die Dame hat sich geöffnet und ich bin jetzt seit über 25 Jahren mit der Dame verheiratet. Also es funktioniert sowohl in der Partnervermittlung als auch im Vertrieb die sieben bis zwölf Stufen. Okay, das heißt, der Vertrieb ist nicht beschränkt auf das Verkaufen, sondern auf eigentlich alle Lebenslagen. Das heißt, wenn ich jetzt beim Nachbarn bin, ich habe ein neues Haus bezogen, der Nachbar ist da, dann auch nicht direkt anrufen und sagen, dass ich morgen vorbeikomme mit der ganzen Bagage, sondern langsam mal Kontakte, Kontakte, Kontakte. Genau. Also das ganze Leben entsteht doch oder ist doch eigentlich Vertrieb. Man beschränkt das immer ein bisschen, dass man sagt, ja Uwe, du machst Vertrieb. Ich sage, jeder macht Vertrieb. Jeder Kontakt, das ganze Leben ist Vertrieb. Sei es, du bist im Restaurant, dass du hier eine Beziehung aufbaust. Und für mich ist Vertrieb auch, im Gegensatz zu vielen anderen, ist ein sogenanntes Sog-Stadt-Druck-System. Bitte was? Sog-Stadt-Druck. 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 Und das ist genau diese sieben bis zwölf Kontakte. Wie verkauft der normale? Der geht raus und sagt, hey, kauf mich, kauf mich, kauf mich, kauf. Und alle sagen, oh nein, ich habe kein Vertrauen. Also ist das ganze Druck-Stadt-Sog-System. Und ich verkaufe anders. Ich bin zwar vielleicht auch ein Hard-Seller. Nein, bin ich nicht. Sondern ich bin ein Soft-Seller mit meinem Sog-Stadt-Druck-System. Ich sage das zum dritten, vierten Mal. Und das ist heutzutage auch ein Unterschied. Denn keiner, keiner da draußen will mehr unter Druck irgendwas kaufen. Die Zeit ist vorbei, Sven. Ich habe das schon gemerkt. Also ich kriege Mails von dir, habe dich durch Zufall kennengelernt. Also ich selber habe auch gesagt, ich muss nach München fahren, den Mann kennenlernen. Ja, weil der ist so cool. Ja, ist einer der Mann, also der Leute, die das Marketing, praktisch den Vertrieb erfunden haben. Aber du schickst mir seit geraumer Zeit Mails. Ich glaube, ich bin jetzt bei Mail Nummer 23 oder so. Bei 23? Ja. Oh, dann hast du ein bisschen Zeit vor dir. Das heißt 77. Das Nette ist, viele sagen ja, Uwe, du übertreibst das. Das ist eine Serie bei 77-vertriebstipps.de, wo ich 26 Wochen Dienstag, Donnerstag und Sonntag um 9 Uhr die Mails rausschicke. Nur, das Nette ist, dass ich melde sich fast keiner ab, weil jeder sagt, boah, ich freue mich auf die Geschichten. Ich kriege sogar dann auch Mails, wo ich sage, oh Rieder, du versuchst mir den Tag. Und das Schöne ist daran, dass man sagt, über dieses Konzept, über dieses System, ah, das ist doch viel zu viel. Vielleicht ist es viel zu viel, aber warum ist es bei mir nicht so viel zu viel? Es ist ja freiwillig, sage ich mal. Die Leute wollen das wissen und die wollen praktisch immer mehr wissen, ist es so. Und irgendwann kommen sie mal da drauf und sagen, ja, so wie der Uwe Rieder will ich auch gern sein. Das ist schön, dass du das sagst. Nee, es ist definitiv so, ja. Das ist der Grund, warum wir hier sind, weil wir gesagt haben, wir müssen den einfach mal kennenlernen. Also eins verwechseln, an Uwe Rieder gibt es noch einmal. Ja. Spaß. Also es ist auch die Art und Weise, wie du rüberkommst und wie du schreibst. Der eine oder andere sagt, ich sage zu meiner Frau immer, meine Frau sagt immer, sie kann telefonieren. Ich sage, ja, du kannst telefonieren und zwar lang und laut. Aber das hat nichts mit Vertrieb zu tun, sondern Vertrieb ist Vertrauen aufbauen, Beziehungs aufbauen und du solltest auch mit deinem Text ins Herzen deiner Leser gehen. Und das erreiche ich dann auch bei dir oder bei anderen. Das heißt, du wartest schon drauf, du sagst nicht der Rieder, wir müssen was verkaufen, sondern ich versuch's deinen Tag. Okay, das heißt also im Prinzip erstmal die Leute kennenlernen, wie das halt üblicherweise so ist. Du hast eben gesagt, die Beziehung, wie du deine Frau kennengelernt hast, du hast ihr Mühe gegeben, Vertrauen und so weiter und so fort. Und beim Kunden ist es auch so, ich falle nicht direkt mit der Tür ins Haus, er lernt mich langsam kennen und irgendwann sagt er mal, ich brauche was vom Uwe Rieder. Ich frage den einfach mal, der hat mich jetzt schon so oft angeschrieben. Genau. Es ist auch heutzutage so, und jetzt bin ich wieder bei meinem Sogstaat-Drucksystem, eben Vertrieb funktioniert anders. Und zwar, heutzutage ist mehr geben als nehmen. Die heutige Zeit ist sehr, sehr viel mit immer schneller, immer weiter, immer besser. Du hast bis zu 60.000 Informationen pro Tag. Das heißt, ich fahre, ich habe hier Fernsehwerbung, ich habe hier Radiowerbung, ich habe hier Internet, ich habe hier Zeitung, ich habe hier, der Kollege erzählt da was und so weiter. Wir sind alle total voll. Und letztendlich ist es dann auch so, dann soll ich auch noch in dieser Situation dem Gegenüber was verkaufen. Das funktioniert nicht. Sondern gib erst mal. Und geben heißt, biete dem anderen einen Mehrwert. Und wenn du willst, erzähle ich dir und zeige ich dir mal was, was sehr, sehr interessant ist und was, ich sage mal, 99% da draußen nicht wissen. Willst du an meiner Tafel kommen? Ja, das machen wir jetzt auch. Okay. Jetzt schauen wir mal, ich habe da noch ein bisschen was, das ich wegmache. Umsatz brauchen wir jetzt nicht im Moment. Okay. Der kommt später. Ja, schauen wir mal, ob wir das noch wegkriegen. Ja, das geht auch weg. Ja, wir haben das Glück, wir drehen jetzt hier im November 2017. Ja, es sind so die letzten Novembertage, der erste Schnee kommt, oder? Ja, der erste Schnee kommt. Gestern waren die ganzen Autos auch verschneit. Unser Hund und meine Prinzessin, die Peggy, freut sich, dieses richtiger Schneefan. Also mich freut es auch, dass ihr die Anreise trotz Schnee auch hierher nach Bayern geschafft habt. Super, dann los geht's. Schau mal. Wie ist der normale Weg? Sven, wenn ich heute die Webseiten alle anschaue, dann ist immer eins drauf. Es ist eins, das heißt, herzlich willkommen. Das ist schon mal eine total wichtige Information für den Besucher, der auf der Webseite ist, oder? Ja. 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 Genau. Also, ich sage immer, die kannst du in die Tonne treten. Ja. Wenn heute Personen auf deiner Webseite sind, dann haben die genau, da gibt es eine 3-Sekunden-Regel. Und die 3-Sekunden-Regel findest du überall im Vertrieb. Ja. Das heißt, da ist eine Webseite, der Besucher geht drauf, wo auch immer der herkommt, der schaut genau 3 Sekunden drauf und sagt, ist es für mich interessant oder nicht und gehe wieder raus. Genau, das stimmt. Also die meisten sind nach 3, 4, 5 Sekunden weg. Ja. Und jetzt, was steht auf der Webseite neben herzlich willkommen noch drauf? Es sind auch sehr, sehr viele Informationen. Und zwar, ich vergleiche es immer, wenn du heute heimfährst, wenn du heute wieder in den Saarland fährst, schau doch mal die LKWs an. Und das ist für mich ganz, ganz typisch. Die LKW-Planen ist ganz toll. Was steht da drauf? Die Adresse. Die Adresse? Genau. Wie gut bin ich gefahren? Ja. Also, ich habe einen Lastwagen, da ist so eine Werbefläche drauf. Ja. Da steht drauf, meine Adresse und meine Faxnummer und Telefonnummer. Und dann steht noch was drauf. Und das ist nett. Und das ist im Grunde 95 Prozent des Vertriebes da draußen. Ja. Ich bin der Beste. Wir kümmern uns um ihren Erfolg. Ja. Und wir sind seit 35 Jahren auf dem Markt. Und wir haben die beste Qualität. Ja. Wow. Das ist cool. Ich stehe auch nicht drauf, was ich davon habe. Ich nehme an, dass du darauf hinausgehst. Ja. Also, jetzt pass auf. Habe ich da Interesse drauf, dass ich sage, wow, ich folge dem Lastwagen, bis er am Ziel ist und dann frage ich ihn, wo ich genau die gleiche Dienstleistung haben kann? Das ist eigentlich unglaublich. Ja. Ich muss aber fairerweise sagen, ab und zu ist das ganz nett, wenn einer mal vor mir fährt und da steht drauf, ein Klempner. Ich suche halt einen Klempner. Ja. Aber es ist eher so, er schreibt da drauf im Prinzip, was er ist und was er macht. Ja. Ja. Aber es geht doch besser, oder? Ja. Was ich noch gern, was ich schön finde, ist, wenn da zum Beispiel jetzt ein Elefant drauf ist, wo ein Rüssel rausschaut oder was. Ja. Das belustigt mich. Aber er hat nicht Sinn und Zweck, sondern auch bei der Webseite. Bei der Webseite, es gibt genau zwei Typen von Webseiten. Einmal eine Visitenkarte als Webseite und einmal eine Verkäufer als Webseite. Was würdest du gern haben? Ja, das Letzte. Ja, genau. Und viele haben eigentlich nur die Webseite als... Als Visitenkarte. Genau. Als Verlängerte. Ja. Und selbst die ist schlecht, weil oft die Telefonnummer, die Öffnungszeiten, die ich suche, die finde ich dann irgendwo... Genau. Also, was... Jetzt bin ich noch härter. Ja. Kannst du die Kamera rausmachen, oder soll ich... Oder... Ne, mach's hart. Das, was du hier machst, oder das, was da draußen passiert, das Produkt oder die Dienstleistung interessiert nicht. Ja. Meine Dienstleistung interessiert nicht. Also, ich bin nicht wichtig, sondern was will der gegenüber? Und jetzt nehme ich ganz knallhart auch die Rot. Du hast hier... Das ist ein Rot, das fast nicht mehr funktioniert. Du hast hier ein Problem. Ja. Oder einen Wunsch des Kunden. Und wichtig ist es jetzt, dass er sagt, ihm interessiert es nicht, was du machst, sondern dem Gegenüber, dem Kunden, dem Interessenten interessiert es, wo ist mein Problem und wie wie löse ich das? Wie ist die Lösung? Und wenn du heute ein Problemlöser bist, das heißt, du sagst dem, meine Kunden kommen nicht und sagen... Oder meine Kunden haben im Grunde das Problem, dass sie sagen, ich stehe in der Früh auf und habe kein Problem, neue Kunden zu finden, sondern sie haben keine Rechnungen. Die Rechnungen müssen bezahlt werden. Da ist ein Problem, das ist das Problem da. Und ich helfe meinen Kunden dann, ihr Problem zu lösen. Das heißt, wie können wir gemeinsam neue Kunden finden, neue Leads und und und. Und wenn du heute Problemlöser bist und den Kunden darauf eine Beziehung aufbaust und ihm hier Schritt für Schritt in die Lösung hinführst, so wie ich es mache zum Beispiel bei dir mit den 77 Vertriebstipps. Du kriegst jeden dritten Tag, kriegst du einen Tipp von mir, aber ich schreibe nicht über mich, sondern ich schreibe ganz einfach über Storytelling, zum Beispiel die Lkw-Plane und führe dich dann zu der Lösung hin. Und irgendwann sagst du zu mir, hey, die Lösung brauche ich doch auch. Also rufe ich hier einen Riede an, rufe ich hier einen Riede an und rufe ich hier einen Riede an. Jetzt ist es aber so, dass du dich ja selbst umsonst gibst. Das heißt, du verlangst dafür diese 77 Tipps ja erstmal kein Geld. Und das ist ja das, was die meisten ja auch machen. Die machen Angebote, die rufen aber nach den Angeboten nicht mehr an, sage ich jetzt mal, die machen ein Aufmaß, die machen ein Küchenangebot und melden sich danach nie wieder. Sondern bei dir ist eigentlich so, du gehst eigentlich vorher schon mal hin, bevor eigentlich der Kunde dich anruft und sagst, hier bin ich. Ja, es sind zwei Paar Schuhe oder zwei Paar Stiefel, was du jetzt erzählt hast, Sven. Ich habe jetzt noch ein bisschen Platz da. Und zwar das erste Mal, ich sagte auch das Geben. Es geht aber darum, warum mache ich dieses Sieben-Stufen-System? Stell dir mal vor, dass wir haben jetzt hier das ganze Jahr. Hier ist das Jahr 2017, 2018. Jetzt gibt es viele Unternehmen, die sagen, okay, jetzt bin ich richtig heiß, ich will jetzt den Markt erobern und ich mache hier ein Mailing. Ein einmaliges Mailing. Oder ich mache hier eine Telefonaktion und lasse hier. Einmalig wieder. Einmalig. Das heißt, ich erreiche genau hier die Personen. Einmalig. Jetzt sagt man dir, vielleicht, ich nehme jetzt mal, ich habe jetzt 100, 100 Personen, da mache ich eine Aktion. Wenn du heute einen Brief in Deutschland verschickst, dann hast du eine Rücklaufquote, wenn du gut bist, wenn du ein guter Texter bist von 0,8 Prozent. Kann ich bestätigen, ja. Wenn du gut bist. Aber wenn du sehr gut bist und da kannst du auch alle meine Bücher lesen über die besten Headlines, über die 77 fix und fertigen Texte. Also 0,8 Prozent. Lass uns mal rechnen. Bei 100, 0,8 Prozent ist ein Brief fast einer, sage ich mal. Ein Brief, wo ein bisschen was abgerissen ist. Fast. Genau. Der, der wieder zurückkommt und wo er sagt, ja, ich will. Beim Telefonieren schaffst du vielleicht, ich sage einmal, wenn du gut bist, zwischen fünf und zehn Kontakte. Da ist es dann so, dass der ein oder andere sagt, oh, Herr Rieder, super, schicken Sie mir doch was zu. Kennst du das, schicken Sie mir was zu? Ja, das ist meistens so, wenn man dann anruft am Telefon. Ja, ja, super interessant, wenn Sie mir eine E-Mail schicken können. Genau. Das heißt was? Das heißt, also schicken Sie mir was zu, ist gleich, schmeißen Sie die Unterlagen in die Tonne. Wenn du jetzt Außendienstler bist, hast du natürlich eine Hoffnung und sagst, boah, super, ich habe jetzt einen Kontakt, ich mache da ein Angebot, ich fahre da raus, du fährst dann raus und was sagt der Geschäftsführer? Erstens mal, er kann sich nicht erinnern an deinen Namen und zweitens würde er sagen, ja, ich melde mich. Also muss es doch ein System geben, wo du sagst, nein, die Kunden kommen automatisch auf mich zu und jetzt bin ich wieder beim, hier ist Druck statt Sog, sondern Sog statt Drucksystem. Und jetzt mache ich es ganz einfach so, ich habe hier einen Kontakt, ich habe hier einen Kontakt, ich habe hier einen Kontakt, ich habe hier einen Kontakt und hier. Wir können jetzt darüber reden, ob der Kontakt jedes Monat ist, alle drei Monate, alle 14 Tage oder bei mir extrem, jeden dritten Tag. Komme ich auch nochmal drauf, kommt auf das Produkt auffahren, auf die Dienstleistung. Nur was das Schöne hier ist, wenn du hier keinen Bedarf hast, Sven, nehmen wir mal an, wir haben jetzt hier jemanden, der, ich mache ihm immer gerne Beispiele, der hier Erde liefert für mein Grundstück, für den Garten. Der schmeißt mir hier einen Zettel rein, im März. Dann sage ich, ach, März, ich hoffe, jetzt kommt der mal mit dem Garten, ich vertue es natürlich. Jetzt haut mich, und das ist seine Aktion, jetzt haut mich meine Frau im Mai an und sagt, Uwe, wie schaut es aus mit Erde? Ich sage, ja, da war doch irgendwas. Der Zettel ist weg, was mache ich? Ich suche im Internet oder ich schaue am Baumarkt, dass ich sage, wo kriege ich meine Erde her? Wenn der Typ aber mir regelmäßig ein System zur Verfügung stellt, wo er hier in Erinnerung bleibt, hier und hier, was mache ich? Ich kann hier meine Mail raus und sage, liebe Angelika, die Erde, die kriegst du von mir. Es ist nur ein kleiner Call, ich habe da jemanden und der liefert mir Erde. Und genau das ist der Siebenstufenplan, dass du in Erinnerung bleibst. Jetzt ist ja, das Hauptproblem ist, wie ich Leute dazu kriege, dass die meinen Newsletter zum Beispiel abonnieren. Ja, ist das nächste Thema, wo bekommst du den Traffic her? Ja, genau. Nur, lass mich eins nochmal vorschieben, weil ich jetzt gerade richtig in Fahrt bin. Ja. Früher hast du das Ganze mit Briefen und mit Telefon gemacht. Ja. Das heißt, es hat dich sehr, sehr viel Zeit gekostet, sehr, sehr viel Geld gekostet und ja, du hast dann Texte gebraucht oder hast Texte gebraucht, hast ausgedruckt, hast eingeliefert, Porto, die Post wird auch nicht mehr billiger, sondern die erheben noch höhere ihre Preise, wo du sagst, irgendwann einmal ist die Gaudi vorbei und hast sehr, sehr viel manuell gemacht. Und dieses System kannst du jetzt automatisiert machen. Automatisiert, das heißt, der Vertrieb, die Neukundengewinnung findet zu 80 Prozent über Automatismus statt. Und was ist erfunden worden? Was ist gekommen in den letzten Jahren? Das Internet. Das sich jetzt bald durchsetzt. Achso. E-Mail. Genau. Internet. Okay. Internet und E-Mail-Marketing. Das heißt, das kannst du, diese Maschine, diese Kundengewinnungsmaschine, diese Interessentenbetreuung, kannst du dir automatisch aufbauen. Du musst das nur richtig machen. Okay. Und da hast du zufälligerweise ein Buch geschrieben drüber. Ja. Sind wir schon soweit? Ich frage mal ganz kurz, weil ich dauernd ins Wort falle. Ja, unangenehm. Ja, aber das haben wir jetzt nicht miteinander abgesprochen. Wir haben gesagt, wir drehen einfach mal drauf los, weil ich kenne dich ja nur. Aber du hast 77 fertige Texte. Das heißt, das, was du machst, auch mit deinen Kunden. Bietest du deinen Kunden an, richtig? Ja. Also was ich auch mache, ist natürlich Abkürzungen zu bieten. Ja. Und ich habe festgestellt, dass Unternehmen, die ich draußen betreue, selbstständige Beratung, Coaches immer die gleiche Situation haben. Die sagen, ja Uwe, das ist schön und gut, aber was schreibe ich hier, was schreibe ich hier, was schreibe ich hier. Sag ich, du hast so viele Themen, du kannst das. Und ich habe ein Konzept auch noch entwickelt, wo ich gesagt habe, wenn du keine Idee hast, ich gebe dir Anregungen und habe hier noch ein Buch geschrieben, wo ich sage, über 77 fix und fertige E-Mail-Texte für mehr Umsatz. Und das Nette daran ist, sofort eins zu eins auf ihr Geschäft übertragbar und verwendbar. Und ich sage auch nochmal, und kopierbar. Kopierbar heißt, ich muss sie nicht abschreiben, oder? Genau. Du musst das nicht klauen, dass du sagst, oh jetzt nimm irgendwas vom Reader, sondern das, was da drin ist, das, was da drin ist, kannst du eins zu eins übernehmen. Und zwar geht es darum, du hast fertige Texte, Kundenbetreuung. Kundenbetreuung ist für mich das A und O. Wir kommen jetzt, ich sage jetzt einmal von einem wichtigen Thema ins andere rein, weil viele sagen, Rieder, wo kriege ich neue Kunden her? Ich sage zu dir, Sven, warte erstmal ab, was ist mit deinen bestehenden Kontakten? Bestehende Kontakte ist für mich die Priorität eins. Wenn ich heute irgendwo hingehe, sagen sie, Herr Rieder, ich brauche neue Kunden. Ich sage, okay, kriegst du von mir, aber lass uns erstmal deine bestehenden Kontakte anschauen. Und viele können da auch nicht damit umgehen, dass sie sagen, die bestehenden Kontakte, ja, was mache ich mit denen? Es ist das A und O, erstmal zu schauen. Ich sehe Unternehmen, die haben 2.000, 5.000, 10.000 Adressen und machen nichts damit. Aber es ist Kapital. Ich sage, heutzutage ist eine Adresse des Öl oder des Feuer im Vertrieb. Und hier sind schon mal Texte drin, wo ich sage, allein für die Kundenbetreuung, wie gehst du sie an? Was machst du zu Pfingsten? Was machst zu Ostern? Wie bindest du die? Weil, du kennst das ja, ich kriege am 23.12. um 18.45 Uhr ungefähr 600 E-Mails. Lieber Herr Rieder, wünsche Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Das ist die Kundenbetreuung. Super, klasse. Na gut, das ist auf jeden Fall schlecht. Genau. Das heißt, ich schicke dann einmal im Jahr was rum und ärgere mich vielleicht noch darüber, ach, die könnten das ja kriegen und sich ärgern. Ich habe ja eine E-Mail verschickt, ja. Genau. Und dann ist es meistens so, da steht dann drin, also zum Beispiel bei dir habe ich gemerkt, die sind alle mit einer ganz persönlichen Widmung, da ist der Name richtig geschrieben. Es gibt so Basics, auf die man unbedingt wertlegen muss, steht alles da drin, oder? Ja. Es sind auch so kleine Tricks, wo du sagst, nein, das gibt es doch nicht. Ich nenne dir mal, ich nenne dir mal ein Beispiel. Wenn ich heute, und für mich ist es immer wichtig, einen Dialog aufzubauen. Dialog heißt nicht Monolog, sondern ich will, dass der Gegenüber auch was tut. Uwe, ganz kurz, wir müssen einen ganz kurzen Break machen, wir kommen sofort wieder zu Teil 2, ja. Ich bin sofort bei dir. Okay. So, da ist das Buch, Uwe, ich habe dich unterbrochen, ja, Teil 2, die Kamera, die musste noch mal ganz kurz einen Break machen nach 20 Minuten, da ist es jetzt. Du hast 77 Vorlagen geschrieben, aber auch die Zahl 77, die ist absolut in deinem Leben, oder? Ja. Also, die 7 spielt schon immer eine Rolle. Ich habe ja diesen 7-Stufen-Plan entwickelt. Mein Unternehmen heißt Seven Stages. Okay. Ich habe ein Auto-Kennzeichen mit RI, RIDA 777. Die Kontonummer ist 779077. Meine Handynummer hat 7 7er drin. Gibt es, glaube ich, auch nicht so oft. Meine Telefonnummer hier ist die 277677. Meine Durchwahl ist die 77. Was ich nicht geschafft habe, ist sieben Kinder. Die sieben Zwerge, das ist von nicht hinkauen. So, jetzt ist ja, da ist das Buch jetzt, da sind jetzt die entsprechenden Sachen drin und jetzt ist die Frage, darf ich das auch verwenden? Du darfst. Also, wenn ich das Buch gekauft habe, darf ich es verwenden? Ich darf es kopieren? Ich habe die Rechte daran dann gekauft? Quasi? Für mich selbst? Ja, was ich mache, alles, was du von mir bekommst, darfst du auch verwenden. Und ich will es auch, dass du es verwendest. Nicht, dass ich sage, der Uwe Rieder ist im Mittelpunkt, sondern du sollst Abkürzungen bekommen. Und zwar hier mit den 77 fix und fertigen Texte. Das ist für jedes Produkt, für jede Dienstleistung. Du kannst es abändern. Und das Schöne daran ist. Was meinst du, lieber Sven, was das kostet, die 77 fix und fertigen Texte? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die Spezialisten, die entsprechend sowas texten, dass die schon Geld dafür verlangen. Und zwar nicht zu wenig, oder? Ja, also normalerweise, wenn du zu einem Texter gehst, zahlst du pro Text so zwischen 400 und 450 Euro. Und wenn ich jetzt mal hochrechne, ich habe es natürlich vorher ausgerechnet, weil Mathe ist nicht immer mein Ding. Wenn ich sage, 77 Texte, über 77 mal 400, du bist bei 26.950 Euro. Das wäre vielleicht ein bisschen teuer. Deswegen, weil du da bist, habe ich ja gesagt, ich mache da einen Sonderpreis, machen wir 15.000, du überweist das auf mein 7790777 und wir sind im Geschäft, oder? Okay. Also, was ich wieder gemacht habe, ist, das Ganze, dieses Teil kostet 77 Euro. 77 Euro. Das heißt, ein Text kostet 1 Euro. Das ist eigentlich, darf ich das sagen, pervers in der Kamera? Eigentlich ist es Wahnsinn. Und die sind auch selbst absolut geprüft. Du hast die selber ausprobiert. Das sind die Texte, die du auch benutzt, oder? Mehr oder weniger. Genau. Die gehen ins Herz des Lesers, wo du auch sagst, du bist anders wie alle anderen. Und was auch nett ist, ich habe noch zusätzlich was, was der eine oder andere auch nicht weiß oder interessant ist. Das sind die 128 ultimativen Betreffzeilen für mehr Kunden. Warum mache ich das? Die Betreffzeile macht ungefähr 70% eines Erfolges aus. Also, wenn wir hier auch sind, du kannst hier auch schreiben, 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 schreiben. Aber die Frage ist ja das, du schreibst, aber wer öffnet? Und da gibt es wieder genau die 3-Sekunden-Regel, was ich dir gesagt habe. Und da gibt es einen Spruch von mir, nur die Harten kommen in den Garten. Okay. Die Harten kommen in den Garten heißt, dass du schreiben kannst, wie du willst, oder meine Frau telefonieren kann, solange sie will, so laut sie will, aber trifft sie ins Herz des anderen. Also freundlich gemeint, dass du Emotionen hast bei dem Gegenüber. Und in Amerika zum Beispiel verwenden Profitexter oder generell 90% der Zeit mit der Headline. Also, du musst das auch selber machen. Wie öffnest du deine Mails? Was passiert da? Ja, ich schaue halt kurz drauf, ob es mich interessiert. Meistens bin ich recht gut angezogen, wenn mein Name drin steht in der Mail. Also, das ist mir schon mal aufgefallen, aber die meisten Mails mache ich nicht auf. Genau. Warum, weil es die nicht interessieren? Und allein das Beispiel, schauen wir den Marktanteil immer noch von der Bild-Zeitung hier an. Bild-Zeitung, wenn heute irgendwas steht, ist Headline, Headline, Headline. Betreffzeile regiert die Welt. Das heißt, wenn du heute, ich gehe am Zeitungskiosk vorbei, die Leute stehen und sagen, kaufen die Bild. Dann sage ich, was ist jetzt wieder los? Ich schaue drauf, wieder. Wieder Headline, wo du sagst, das zieht an. Und genauso ist es beim E-Mail, dass du sagst, wie wir gesagt haben, auch bei deiner Internetseite, drei-Sekunden-Riegel. Gilt sowohl für die Webseite als auch für deine Mail. Ich habe vor ganz kurzem eine Mail bekommen von einer Firma, Lebensmitteleinzelhandel, die hat mich angeschrieben, da bin ich Kunde und hat mich lieber, Sven Herzog, Herbstzeit ist Strickzeit, Wolle soll ich kaufen und so weiter. Ich habe mich dann ernötigt gefühlt, darauf zu antworten und geschrieben, dass ich weder stricke noch irgendwas anderes mache. Es ging wohl an die Frauen, aber ich habe es als Mann bekommen. Was mir auch aufgefallen ist, die allermeisten Unternehmen, die mailen gar nichts. Also das ist so, dass praktisch jetzt im lokalen Vertrieb das Thema Mail überhaupt nicht angekommen ist. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Und da komme ich jetzt ins Schwitzen wieder, beziehungsweise da geht auch mein Verkäuferherz hoch, was viele am Potenzial verschenken. Zum einen hast du hier automatisiertes System, wo wir auch nochmal drauf kommen. Du kannst alles automatisieren. Wie? Und zwar wichtig ist es, wie du gesagt hast, du sammelst deine E-Mail-Adresse ein. Und ich bin jetzt hier nochmal bei Problem und Lösung. Wenn du hier auf deiner Webseite, das war die Webseite mit dem netten Menschen drauf und Hallo, herzlich willkommen, wir sind, wir können und wir haben und erzählst deine ganzen Geschichte drauf. Der geht drauf, ist weg, interessiert sich nicht dafür. Aber mach hier zum Beispiel eine Lösung drauf. Ich habe neben meinen 77 Vertriebstipps zum Beispiel auch eine Webseite, wo ich sage, die drei häufigsten Fehler, die fast alle Unternehmen mit ihren bestehenden Kontakten machen und dadurch 77 Prozent an Umsatz verlieren. Wäre das für dich interessant als Unternehmer? Ja, absolut. Genau. Und was machst du dann? Du trägst dich irgendwo ein. Du hinterlässt deine E-Mail-Adresse. Eine Frage. Es gibt kein Formular, wo ich mich eintragen lassen kann. Das heißt, ich brauche einen Rundmailer. Genau. Merkst du, wie unruhig ich jetzt werde? Genau, ich merke es. Ja, ich lasse dich gar nicht aus, ich sage, das gibt es doch nicht. Die meisten haben, ich brauche einen roten Stift, weil rot, die meisten haben hier Kontakt. Ja. Und jetzt? Du musst mit der Kamera sogar näher hingehen, dass du siehst. Das heißt, ich als Uwe Rieder, als Besucher, muss mich dafür sorgen, dass ich sage, ich gehe in das Kontaktfeld, da macht was auf und dann sind da zwölf verschiedene Eintragemöglichkeiten mit Vorname, Nachname, ihr Problem, nicht ihr Problem, sondern ihre Nachricht und ihr E-Mail und ihr Privat und hat noch Pflichtfelder drin. Spätestens hier steige ich auch wieder aus. Also musst du oder schaffst du dir ein System, wo du automatisch, automatisch die E-Mail-Adresse bekommst. Ich gehe mal ganz kurz an Flipchart. Stell dir mal vor, Sven, du hast hier eine Seite, eine Webseite. Wir haben hier eine sogenannte Traffic-Quelle, komme ich noch mal drauf, wo kommen die Besucher her. Komme ich dann auch noch mal drauf, aber lassen Sie es uns einfach vereinfacht machen. Das ist eine sogenannte Einladeseite mit einem Problem. Beispiel? Problem, zu wenig Kunden, kann meine Rechnung nicht bezahlen, habe keinen Umsatz und so weiter. So, und jetzt gehe ich hier rein und habe eine Zielgruppe und positioniere mich hier, dass ich sage, welche Zielgruppe spreche ich hier an? Ich spreche zum Beispiel an klein- und mittelständische Unternehmen und Selbstständige. Die will ich hier auf dieser Seite drauf haben. Und dann habe ich hier das Problem, wo ich sage, zum Beispiel die drei häufigsten Fehler, die fast alle Unternehmer mit ihren bestehenden Kontakten machen und so 77% Umsatz verlieren. Und habe hier nur ein Feld, zwei Felder. Was ich haben will, ist einmal die E-Mail-Adresse, und dann einmal den Vornamen. Weil ich, du brauchst den Vornamen nicht, aber ich bin jemand, der personifiziert und ist hier bei Vornamen und dann die Sie-Anrede. Also ich gehe nicht gleich, so wie wir jetzt gesagt haben, okay, lass uns du sagen, sondern im Geschäftsverkehr gehe ich noch eine Stufe. Ich bin so wie, ich will gern du sein, aber der ein oder andere sagt. Genau. Distanz noch, ein bisschen Distanz fahren. Man kann ja später mal das Duo anbieten, aber wenn man sich kennt, das ist gut. Im Prinzip so eine Art der Vorname, es kommt aus Amerika so ein bisschen, oder? Genau. Und es ist aber auch bei uns in der Geschäftswelt so. Ich überlege auch das ein oder andere Mal, dass ich sage, ich schmeiße mich wieder in den Anzug. Habe auch ein paar schöne Anzüge, aber wo ich gesagt habe, nein, ich will authentisch sein. Und das kommt auch, merke ich auch bei dem Gegenüber an. Viele Unternehmer, Geschäftsführer haben dann auch keinen Anzug mehr oder sagen, na Rieder, du lebst Vertrieb und so lebe ich jetzt auch. So habe ich einen Platz, wo ich sage, hey, lass uns da was machen und und und. Kommen wir zurück zum Konzept. Und zwar geht es hier nur darum, der Besucher kommt rein, drei Sekunden und entscheidet. Er entscheidet, dass er sagt, interessant oder nicht interessant, trägt sich ein oder nicht ein. Und wenn du das gut machst, trägt er sich ein. Und dann ist das Prinzip, dass er sagt, gib mir einmal deine Adresse und ich lasse dich nie wieder los. Das heißt, jetzt baue ich eine Beziehung auf. Und zwar mit Informationen über Lösungen, die die Dame oder der Herr hat, wo er sich eingetragen hat. Und zwar automatisiert. Und das ist das Geniale. Früher war es so, wie ich gesagt habe. Ich habe im Monat ungefähr so 10.000 bis 30.000 Briefe verschickt. Hier, 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 hier. Das heißt, ich habe mir meine Siebenstufenplan oder meine Maschine manuell aufgebaut. Aber heutzutage über das Internet, über E-Mails, über Software ist es möglich, dass dieser Prozess automatisiert passiert und mit relativ geringen Kosten. Du musst nur diese Kundengewinnungsmaschine einmal einrichten. Okay. Das heißt, es gibt entsprechende Dienstleister, die das anbieten, wo ich zum Beispiel Mailinglisten aufbauen kann, die automatisiert rausgesendet werden. Ja. Also ich mache es auch mit meinem Team, wo ich sage, für Unternehmen, die sagen, Rita, komm vorbei, wir brauchen das System, lass uns mal darüber sprechen. Okay. Weil es geht nicht nur darum, dass du sagst, ich implementiere dieses System, sondern es geht auch ganz klar darum, wie habe ich die Aussagen hier, wie habe ich die Aussagen hier drauf. Das heißt, wir arbeiten eine ganz klare Positionierung aus. Vielleicht hast du das schon mal gehört, jetzt bin ich beim nächsten Thema. Das USP, ja. USP. Und ich helfe die Botschaft. Also ich habe halt gemerkt, dass es meistens abgegriffen klingt, ein USP zu haben. Bloß ich bin der absoluten Meinung, man muss ein USP haben, weil der Kunde gar nicht weiß, was er sonst kriegt. Ich kann im Prinzip eine Sache besonders gut, das ist bei dir Vertrieb. Ja. So. Und du sagst auch, ich bin der Vertriebsfreak und sonst nichts anderes, richtig? Ich habe begonnen mit dem Interview, du sagst, Sven, ich muss dich unterbrechen, ich bin der Vertriebsfreak. Ja. Die meisten sagen, oh, ich kann das und das und das und das und das und das und das. Ja. Machen über 70, 80, 90 Prozent nur mit einer Dienstleistung, sagen es aber nicht. Bauchladen. Bauchladen. Ja. Und wenn ich heute irgendwo unterwegs bin oder nehmen wir mal das Beispiel, ich bin jetzt irgendwo, ich komme rein in einen Raum, wir trinken was, es ist eine Party. Was ist die erste oder die zweite Frage? Name, Uwe Rieder, klar. Was machen Sie beruflich? Du hast dafür eine Antwort, glaube ich, auswendig gelernt, oder? Das ist nicht auswendig, sondern das ist... Deine absolute Erzeugung. Ja. Und das ist, genau. Und das ist auch das, was jeder Unternehmer braucht, jeder Selbstständige, die erfolgreich ist. Okay. Frag mich mal, was machen Sie beruflich? Was machen Sie beruflich, Herr Rieder? Ich bin Architekt. Super. Okay. Was wäre die richtige Antwort? Wie kommt das bei dir rüber? Ich bin Architekt, ja, jetzt... Wie viele gibt's da? Ich jetzt schon wieder den Ball in der Hand. Es gibt viele Architekten, aber ich müsste jetzt direkt wieder fragen, ja, und was ist so? Ja, oder es könnte auch sein, dass ich gar nichts mehr fragen, einfach gehe. Ja, genau. Oder frage mich noch mal. Genau das Gleiche, wo du sagst, sagst, ich mach, äh, frag mich noch mal. Äh, Uwe... Was machst du beruflich? Was machst du beruflich? Ich bin Vertriebler. Ist ja auch so, wo du sagst, äh... Vertriebler, äh, Bauchsparkasse. Ja, genau. Also, wenn ich, wenn ich halt keinen Bock hab, und ich sag, ja, jetzt lassen wir die Party genießen, sag ich, ich bin Vertriebler. Warum? Ja, äh, war alles interessant. Also, servus, äh, war gut und wir sehen uns. Ja, genau. Aber wenn ich zum Beispiel sage, ich helfe klein- und mittelständischen Unternehmen, vorher einen Vertrieb zu entfachen, sodass sie innerhalb von sieben Wochen die 112 anrufen müssen, weil, äh, alles überquillt an Aufträgen und Anfragen. Ja. Das war der Satz, den ich meinte. Ich hatte das in einem Video davor schon gesehen. Das heißt, du weißt ganz genau, was du den Unternehmen bietest, oder? Ja. Und auch, welche Zielgruppe ich bediene. Und die Zielgruppe fühlt sich auch angesprochen. Zum Beispiel der Architekt. Wenn der Architekt nicht sagt, ich bin Architekt, sondern ich helfe, äh, 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 vierköpfigen Familien, ihr Traumhaus zu finden, sodass sie, äh, die nächsten 25 Jahre in Freude und Zufriedenheit leben können. Das wäre jetzt wirklich auf der Party, jemand würde das zu dir sagen. Aber jetzt kommt es ja genau. Ja. Wenn du genau so antwortest und sowas sagst, ja, sind die Leute erstmal vollkommen baff, oder? Das heißt, der weiß ganz genau, was er will, oder? Ja, und die sagen, was sagen die? Ich will mehr wissen. Ich will mehr wissen. Und deswegen entscheide ich auch, dass ich sage, bin ich jetzt auf einer Party, wo ich sage, bist du Vertriebler oder bist du mit Leuten unterwegs, wo du sagst, jetzt lass mal richtig Gas geben. Ja. Auch, auch geschäftlich. Wenn ich heute irgendwo Sprecher bin und, äh, oder, oder woanders, dass sie sagen, okay, stell dich doch mal vor. Meine Zielgruppe muss ja wissen. Und ich muss erst mal wissen, äh, welche, welche Zielgruppe ich bediene. So, also, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Der Uwe Rieder, der macht das ja auch nicht aus Selbstzweck, sondern du willst ja Geld verdienen damit. Das heißt, du willst entsprechenden Leuten helfen. Es gibt Dienstleistungen, es gibt nicht nur dein Buch. Es gibt da die Möglichkeiten, dass Firmen dich selbst buchen können, richtig? Ja. Also, ich will nicht Geld verdienen, sondern ich verdiene auch Geld. Und, äh, ja, was, was mein Anliegen ist, ich habe früher sehr, sehr stark, war ich im 1 zu 1 Bereich. Das heißt, ich bin zu Unternehmen reingegangen, habe die hochgezogen und habe hier relativ viel Zeit auch verbracht. Das heißt, ich habe Zeit gegen Geld getauscht. Habe die Unternehmen auch, wie ich es auch schreibe, nachweislich zum Beispiel von 10 auf 30 Millionen Euro gezogen. Okay. Über diese Systeme. Über diese Systeme. Das heißt, ich habe da keinen anderen Trumpf mehr. Wir intensivieren das. Aber das sind genau die Systeme, wo ich sage, hier, die Unternehmen, da geht es hoch. Okay, das heißt, automatisiert bekommen die Kunden interessante Informationen, die sie auch wirklich wissen wollen. Genau. Und das in einem festen Fahrplan mit 77 Schritten innerhalb von einem halben Jahr, richtig? Und ungefähr, zum Beispiel, das ginge in einem halben Jahr, das ginge in einem Jahr, man kann das auch immer wieder anwenden. Genau. Geh nochmal, geh nochmal rüber zum, hier geht es nochmal weiter, Sven. Bitte. Und zwar, jetzt haben wir mal das geschafft, dass wir sagen, wir haben hier eine Aussage getroffen, was der Gegenüber sagt, boah, das ist cool. Ja. Das ist genial. Also, ich helfe Unternehmen, bla bla bla, du weißt es. Ist auch bekannt in Amerika unter Elevator Pitch. Das heißt, hast du schon mal gehört, Elevator Pitch? Nee. Elevator Pitch ist, dass du sagst, du bist unten am Aufzug. Warte, ich zeige das mal gerade, ja. Du bist am Aufzug? Ah, ich weiß, was du meinst, ja, genau. Klickst hier, entweder rauf oder runter, rauf. Steigst ein und neben dir ist ein Geschäftsmann, wo du sagst, boah, mit dem will ich Geschäft machen. Und du hast genau bis zum 43. Stock, dass du dem erklärst, was du machst. Elf Sekunden. Ja. Und jetzt gibt es aber Leute, jetzt bin ich nochmal bei der Vorstellungsrunde, wenn die mich fragen, fragen mich nochmal, was ich beruflich mache. Uwe, was machst du beruflich? Also, wo fange ich jetzt da an? Also, ich mache da so viel, also, ja, ich mache so Vertrieb und, ja, das ist, wie soll ich dir das erklären, Sven? Also, ich habe da so viel, ich schreibe dann, weißt du, was ich meine? Aufzug ist da, ja. Aufzug ist da. Oder? Feierabend, das war es, das war meine Chance. Die nächste ist, Aufzug kommt, was machst du beruflich? Ich bin Architekt. Ah ja, gibt es hunderttausende, das heißt, jetzt bin ich wieder, dieses Konzept greift in sich. Das heißt, du hast wieder die Situation, wie kriege ich dem, der Aufzugfahrer, was für ein Problem hat der, wie kann ich es lösen? Und genau hier mache ich es über das System, das sagt, du trägst dich jetzt ein, du hast dieses Problem, trägst dich ein, kriegst von mir die erste Mail. Automatisiert. Kann ich einstellen, andere sagen, ah, nicht drei Tage, ich will fünf Tage, sage ich, okay, lass uns da ein Konzept erarbeiten, wie wir die Beziehung aufbauen. Da hast du eine Story, über dich, über dein Produkt, über deine Lösung, aber so, dass du nicht hier wieder schreist, ich verkaufe. Machen auch viele. Sobald ich mich in Newsletter irgendwo eintrage, oder auch bei Xing, ich habe einen Kontakt, die kontakten mich, ich bestätige den Kontakt und das nächste Mail, was kommt, ist? Kaufen. Rieder, kauf, kauf. Sag ich, ey, wie könnte das sein? Und wieder, ich habe wieder genau die gleiche, willst du mich heiraten? Und willst du mich heiraten? Das ist genau das gleiche Beispiel. Zu früh gefragt, ja. Geht nicht. Fall ich raus. Wir haben ja die sieben Schritte, sage ich mal, und jetzt sind wir bei Schritt Nummer eins. Genau. Das heißt? Netz sein, erstmal, hallo, da bin ich. Das heißt abmelden. Genau. Sobald ich hier sage, ich verkaufe, abmelden. Nein, ich brauche mindestens sieben bis zwölf Kontakte. Das hat auch mit der rechten Gehirnhälfte zu tun, dass ich sage, oh, der riecht ja, war super, das ist doch toll. Und der hat einen Mehrwert. Und jetzt stell dir mal vor, so wenn, jetzt habe ich das zweite, das dritte, das vierte, das fünfte und so weiter. Das müssen keine 77 sein. Ich kann dir sagen, ich kenne das System, in der Innenstadt gab es früher mal vor den Supermärkten Leute, die haben Hobla verkauft für Gemüse. Die haben das zehn Minuten gemacht, haben keinen Preis genannt, ja. Dann haben sie nochmal gezeigt, ja, was kann der, was kann der, was kann der. Immer größer wurde die Traube. Er hat immer noch keinen Preis genannt, ja. Und zeigt weiter, was es geht. Und irgendwann merkt er so richtig da draußen, die Leute wollen jetzt wissen, was es kostet, ja. Und dann sagt er, ja, es kostet keine 120, es kostet keine 60, es kostet keine 30, es kostet nur 10 Mark und es ist noch ein zweiter dabei. Ja, genau. Und alle Leute haben die C-Marke. Also ist das im Prinzip so, dass die Leute irgendwann mal von selbst wissen wollen, so sogartig, kann man das sagen? Ist das das So-Prinzip? Das ist total genial. Ich bin früher mit meiner Mutter, bin ich immer hier von Dachau nach München reingefahren. Das war einmal im Monat, wo wir zum Einkaufen gefahren haben oder was auch immer. Und ich bin dann immer bei diesen Leuten, wo du gesagt hast, immer stehen geblieben. Warum? Und da habe ich mich schon immer gefreut, weil ich gesagt habe, boah, erzähl weiter, erzähl weiter. Warum? Weil er genau die Lösungen angesprochen hat. Er hat genau das Problem angesprochen. Du hast diesen Kartoffel, der lässt sich nicht schälen. Und jetzt hast du auf einmal ein Ding, wo du sagst, das geht von der Hand. Oder du hast einen Schneider, wo du sagst, boah, die Karotten kommen jetzt millimetervrei draus. Und genau dieses, aber er hat es gut gemacht. Warum? Die Leute haben das Problem. Die haben das Problem gehabt, er hat es nur relativ schnell gemacht, weil er hier auch sein, er muss natürlich verkaufen. Ja gut, er hat aber dasselbe System angewandt. Er hat siebenmal die Leute kontaktiert, hat die teilweise 20 Minuten stehen lassen. Die kannten ihn, fanden ihn nett, hat Witze gemacht. Er war eigentlich dasselbe System, oder? Das heißt, es gab ein Problem. Er hat die Lösung gezeigt, nicht nur direkt und hat gesagt, hier kaufen, sondern das und das und das. Und die meisten Firmen haben Problemlösungen. Und darauf kommen wir jetzt gleich in Teil 3. Denn der Uwe ist nämlich jetzt vollen Fahrt und wir drehen direkt mal weiter. Ich mache mal einen ganz kurzen Cut, denn es sind schon wieder 20 Minuten rum. Es ist ja Wahnsinn, wie schnell das mit dir geht. Bis gleich. So, jetzt sind wir bei Teil 3. Wir sind bei Uwe Rieder, nämlich in Dachau. Im wunderschönen München ist es November 2017. Der erste Schnee ist gefallen. Aber es ist ja nicht so schneesicher hier in Dachau. Aber er hat uns eingeladen, denn er hat uns mal das System von 7 Stages. Sein ganzes Leben ist mit der Zahl 7 verbunden, ja. Und wir haben eben über Unternehmen gesprochen, die haben Problemlösungen, die Kunden dringend brauchen. Aber sie sprechen nicht drüber. Ganz schlimm, oder? Ja, weil du nur dein Produkt siehst, deine Dienstleistung und nur ich, ich, ich. Auch wenn du die Kommunikation mal schaust, die Kommunikation, die auch hier stattfindet oder hier. Ich habe, ich bin, ich werde. Unser Unternehmen ist 25 Jahre alt und wir bieten, wir machen. Es interessiert keinen. Es interessiert keinen, sondern ich bin jetzt hier wieder bei dem Gesamtkonzept. Problemlösung. Was habe ich ja für ein Problem? Was für einen Wunsch habe ich? Und was für eine Lösung? Wo willst du hin? Also, ich sage ganz einfach, weg von. Wo will ich weg? Auch beim Abnehmen ist genau das Gleiche. Ich habe das mit, nein, was für ein Problem habe ich? Ich stehe in der Früh auf, meine Jeans funktionieren nicht. Das heißt, ich gehe schon wieder in die Arbeit, wo ich total sauer bin, wo ich gesagt habe, ich bin einfach zu fett, ich bin einfach zu übergewichtig. Wie schaffe ich das Ganze? Und das ist mein Problem. Und mein Wunsch ist, dass ich sage, ich will unbedingt sieben Kilo abnehmen. Und wenn du jetzt hier auch nochmal was hast, wenn du jetzt hier, herzlich willkommen, wir kümmern uns um ihr Abnehmen. Das interessiert nicht, sondern es geht darum, wo ist der Schmerz? Zum Beispiel jetzt hier auch wieder bei der Landingpage, du kannst es für jedes Produkt, für jede Dienstleistung anwenden, dass du hier zum Beispiel sagst, wie sie als Hausfrau innerhalb von sieben Wochen 35 Kilo verlieren und so 18 Jahre jünger ausschauen und ihre Jeans wieder passt wie mit 16 Jahren. Ich übertreibe jetzt bewusst, du weißt, wie es rüberkommt. Im Prinzip so eine Art Bild im Kopf schaffen, dass die Leute sagen, ich habe wieder das, was ich will. Im Prinzip, ich habe ein Problem, ich bin zu dick, ich habe vielleicht Bluthochdruck, ich habe eine Diabetes, der Arzt hat gesagt, ich habe eine Fettleber, ganz schlimm. Und dann gibt es halt Unternehmen, die sagen einfach nur 59, 99, 8 Pillen, fertig. Genau. Statt zu sagen, mit uns kannst du das und das erreichen. Genau. Und das ist, wo will ich hin, was für das Ziel? Jetzt sagen viele Unternehmer, es funktioniert doch nur in der Fitnessbranche oder so und so. Nein. Du kannst es bei jedem Produkt, bei jeder Dienstleistung. Und wir können gerne ins Internet reingehen. Du sagst mir irgendeine Webseite, wir googeln nur und ich sage dir, dass zu 95 Prozent das Ding so ausschaut. Jetzt habe ich ja mal eine Frage. Jetzt ist es so, dass wir jetzt knapp 50 Minuten miteinander gesprochen haben. Jetzt stelle ich dir ganz konkret die Frage, was kannst du denn jetzt konkret für Unternehmen machen? Du hast die Bücher, du hast Seminare. Man kann dich einladen als Keyspeaker zum Beispiel vor Leuten, dass du den Leuten das mal erzählst. Aber was ist noch möglich mit dem Uwe Rieder? Ja, zum einen mache ich es natürlich sehr, sehr gerne. Ich habe das alles in meinen Büchern verfasst. Okay, das heißt, das Buch ist für dich spannend. Ich kann unglaublich viel lesen aus dem Buch. Das heißt, das Beste, ich habe zum Beispiel die Möglichkeit, mir erst mal die Bücher zu kaufen, die wirklich nicht teuer sind. Ja. Kann mich da erst mal einlesen, habe da Tipps. Ja. Jetzt sage ich aber, ich bin vielleicht ein großes Unternehmen. Unternehmen, der Uwe Rieder ist schon ziemlich, ah, das Feuer für ihren Vertrieb hat er geschrieben. Gibt es die Möglichkeit, dass ich dich mal buchen kann als großes Unternehmen? Das ist einfach mal sagen, hier mal zwei, drei Tage, einfach mal reinkommen. Die Frage ist auch hier diese Einladeseite. Jetzt sagst du, es zählt ja auf der Einladeseite, dass da das Richtige steht. Ja. Wie man sowas machen kann. Du hast auch ein Team, die das machen können, oder? Ja, also was wir machen oder was ich mache, ist natürlich ins Unternehmen reingehen. Ja. Das heißt, das Unternehmen kennenzulernen und erst mal zu analysieren, wo ist die Problemstellung? Ja. Und was funktioniert bisher, was funktioniert nicht? Und natürlich auch rauszukriegen, ob derjenige zu dir passt. Denn es ist so, Uwe Rieder ist schon eine Sache, da musst du auch rauskriegen. Ich meine, du hast mir das am Anfang gesagt, ja, es ist manchmal so, wenn die dich anrufen, die wollen dich dann buchen, geben dir Geld. Aber eigentlich ist es wie so eine Art Schmerzmittel, was sie dann doch nicht einnehmen, ja. Bloß halt, um ein gutes Gewissen zu haben. Das bringt nichts. Das heißt, die Kunden müssen auch ein Stück weit Hausaufgaben machen, oder? Ja, und wir müssen ganz einfach zusammenpassen. Vertrieb ist für mich eine Zusammenarbeit und ich werbe auch dafür, dass ich sage, mein Vertrieb ist viel Spaß, viel Freude und viele Emotionen. Das heißt, ich gehe nicht ins Unternehmen rein und sage, okay, jetzt habt ihr hier das und das und ihr macht es mal, sondern ich arbeite damit. Es gibt auch einen Spruch, wenn ich hier von Dachau nach Münden fahre, zu meinem Friseur, der mir falsche, irgendein bisschen einen Verschnitt reingemacht hat, ist ein Dönerladen und da steht drauf, wenn sie nicht essen, verhungern wir beide. Wenn sie nicht essen, verhungern wir beide. Was heißt das? Also, es ist ein Zusammenspiel zwischen Unternehmen und Uwe Rieder Team oder Unternehmen und Uwe Rieder. Und wenn das nicht funktioniert, dass auch jemand nicht offen ist für Neues oder dass man sagt, okay, lass uns deinen Vertriebsprozess auch mal kritisch hinterfragen, was können wir zusätzlich noch tun? Oder auch auszuprobieren, dass man sagt, ich habe jetzt über 35 Jahre Vertriebserfahrung. Das heißt, ich habe auch mit Briefen, ich habe mit E-Mails, ich habe mit Positionierung, ich habe so viel mit Telefon, ihr habt ein eigenes Telefon-Team, wo ich sage, lass uns das Telefonskript ausprobieren, lass uns da was machen. Genau, es ist auch so, dass die Leute, die jetzt zu dir passen, sich auch ein Stück weit einlassen müssen auf dich. Weil es bringt nichts, wenn sie sagen, ich höre mir das jetzt alles mal an, ich setze es aber nicht um und so weiter. Also, du hast mir erzählt, dass es auch schon mal Kunden gibt, wo du von vornherein sagst, nee, es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir es nicht machen. Also, das heißt, ihr lernt euch erstmal kennen, die Kunden, richtig? Du guckst mal nach, ob der Kunde zu dir passt. Der Kunde guckt, ob du zu ihm passt, ganz klar. Und dann, wie geht es weiter? Normalerweise ist es ja so, auch wenn du jetzt nach Uwe Rieder googlest, du siehst auch meine Filme und so, du siehst auch, ich trage meine Tattoos. Offen, ich habe eine Sprache, die sehr offen ist, sehr ehrlich. Aber auch diese Offenheit und die Ehrlichkeit zeigt sich auch bei der Zusammenarbeit. Und die brauche ich auch, die brauchen wir beide. Und dann entwickeln wir Pläne, wo wir sagen, was brauchen wir? Und wie machen wir weiter? Oder auch, wenn wir diese Pläne entwickeln, es ist ja das Nächste, wo kommt der Traffic her? Wie sind die Aussagen? Das war ja die Frage. Also, es kann sein, dass die Leute das jetzt hören und sagen, das ist ja schön und gut. Aber du hast auch die Möglichkeit zu helfen, dass du sagst, ich richte das ein, ich mache euch das System fertig, ich bringe es ans Laufen. Und dann, ab da läuft es ja spätestens dann vollautomatisch. Das ist wie bei einem Arzt, der ab und zu nochmal nachgucken muss, ob alles in Ordnung ist, oder? Später. Richtig, ja. Also, ich habe verschiedene Möglichkeiten. Auch, dass ich sage, ich biete zum Beispiel auch Videokurse an, sieben Wochenkurse, wo du dieses System komplett, komplett Videos nachschauen kannst. Zum Beispiel ist die erste Lektion, das erste Modul und ist auch ein Must-Have, sage ich, das ist die Positionierung. Sobald du, und ich habe es hier schon mal auch für jemand anderes hingeschrieben, wer will ich sein, für wen? Und sobald du dir diese Frage nicht beantwortest, wird es sehr, sehr schwierig, wie du Vertrieb machst. Wenn du sagst, wer will ich sein, wer bin ich und für wen? Das heißt, wir gehen dann ganz klar rein und sagen, bei welcher Zielgruppe bist du am erfolgreichsten? Was hast du bisher vorliegen und wo nehmen wir die Aktivitäten auf, dass wir deine Zielgruppe auch erreichen? Ich habe in meinem Buch auch geschrieben, ich sage es auch immer wieder, hier bei Feuer und Vertrieb, ist auch sehr, sehr nett und lustig geschrieben in meiner Sprache. Ich bin mit 14, 15 Jahren mal einen Teich gefahren und war immer überzeugt, dass ich habe, ich habe die Filme gesehen, Hochseefischer und da springen die Fische raus und du ziehst und kämpfst mit dem fünf Stunden, das will ich auch haben. Ich habe mir hier an so einem kleinen See, habe ich mir eine Tageskarte gekauft, bin mit dem Fahrrad hingefahren, habe einen Köder reingeschmissen und es ist nichts passiert. Okay. Nichts. Und der Gegenüber, der Gegenüber holt die Fische raus. Ja. Und ich habe dann irgendwann mal gesagt, bin rübergegangen, habe gesagt, ah, wie machen Sie das? Sagt er, er weiß, wo die besten Fische sind und dazu hat er den Köder auch gelegt. Und du kennst es auch immer, der Köder muss den Fisch schmecken. Aber das stimmt, dass du sagst, welche Zielgruppe gehe ich an, wer will ich sein, wer will ich sein, für wen, hier ist es nochmal ein bisschen verwischt, aber wen will ich überhaupt angehen, wo bin ich stark? Okay. Also kurz nochmal zusammengefasst. Das heißt, du bietest den Leuten im Prinzip mit deinen Büchern die Hilfe zur Selbsthilfe. Also jemand, der eine entsprechende Marketing-Erteilung hat, kann da reinschnuppern. Genau. Wenn aber jetzt einer sagt, naja, der Uwe Rieder, das ist schon ein richtig guter, ich will den mal haben, gibt es auch die Möglichkeiten, dass dein Team 1 zu 1 Betreuung macht, richtig? Genau. Also das heißt, ich übernehme dann auch natürlich den Erstkontakt, wo wir sagen, wir sprechen darüber, welche Probleme hast du im Unternehmen und wo willst du hin? Okay, alles klar. Das heißt, Full Service auf Wunsch, wenn ich das möchte. Genau. Okay, klasse. Und hier habe ich verschiedene Möglichkeiten, dass ich sage, ich biete zum Beispiel auch Gruppencoaching an, wo Unternehmer sagen, Selbstständige, ich will da erst einmal diesen Baustein nehmen, wo ich dann einen neunwöchigen Kurs anbiete, wo wir auch Bausteine haben und wo wir dann über das Internet, über Skype kommunizieren, wo auch von der Kostenseite her günstiger ist. Okay, klasse. Ja, wenn ich dich jetzt erreichen möchte und ich sage mal, ich finde dich jetzt ganz nett, also ich muss auch ehrlich sagen, du bist ganz unkompliziert, du hast den Kopf voller Ideen, dich zu bändigen, ist fast unmöglich, muss man sagen. Also, dass ich ab und zu mal spreche, ich merke das jetzt schon gerade eben, du atmest gerade durch, du willst was sagen, ja, wir müssen aber zum Ende kommen. Und zwar ist es ja manchmal so, dass es auch irgendwann mal der Zeitpunkt ist, wo man sagt, wer ich bin, wie man mich findet und wie man mich kontaktiert. Erzähl mal. Gib mir nochmal, genau, mein Name ist Uwe Rieder, gib mir mal eins nochmal, Sven, was Vertrieb da draußen, wenn ich heute nur das Wort Vertrieb höre, sagen viele, oh, Vertrieb ist Neukundengewinnung und so weiter. Was ich will ist, dass die Leute auch sehen, Vertrieb kann und wird auch so richtig Spaß machen, wenn du natürlich eine richtige Strategie und ein richtiges System hast. Und das macht dann Spaß. Und ich sage immer, Erfolg schafft Erfolg. Wenn du siehst, oh, das Konzept ist und ich kriege noch mehr Neukunden und ich habe mehr Umsatz, dann geht das Herz auf und du sagst, boah, wie geil ist denn das? Was war der schönste Erfolg für dich bisher, so in den letzten drei Jahren oder in den letzten fünf Jahren, wo du gesagt hast, du bist in eine Firma rein, die Leute haben sich eingelassen auf dich? Ich habe eine Tochter der Messe Münden betreut, wo ich den kompletten Full Service gemacht habe und das ist natürlich dann so, du gehst ins Unternehmen rein und der eine oder andere, die eine oder andere sagt, ah, Vertrieb, ich kann doch schon alles. Also, du hast dann auch Widerstände vom Vertriebsleiter, von gewissen Personen und hast natürlich dann auch eine Rechtfertigung, warum bist du da, warum sind deine Kosten da und warum soll dein Konzept besser sein, wie das bisher bestehende. Und ich habe das Unternehmen dann in kürzester Zeit auch mit diesem System hochgezogen von 10 auf 30 Millionen Euro, von 20 auf 80 Mitarbeiter. Das heißt, das Ding ist auch wieder so schön abgegangen. Mir geht es nicht darum, um die Zahlen, sondern mir geht es darum, auch das Leuchten bei den Damen und Herren zu haben, wo sie sagen, boah, das ist total genial. Das heißt, wir haben mehr Arbeitsplätze geschaffen, die Leute sind viel zufriedener und, 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 und. Wenn ich jetzt als Unternehmen dich entsprechend ansprechen möchte, Mail schreiben am besten, oder? Ja, genau. Also, mein Name ist Uwe Rieder, meine E-Mail-Adresse ist reader, mit ee, reader at sevenstages.de. Ich schreibe es einmal hin. Genau, ich habe es hier vorne liegen. Bei den Seven Stages ist eine 7. Oh, mit schwarz machen wir das nicht. Wir machen es grün, mit grün ist die Hoffnung. Ja, genau. Hier haben wir noch einen Platz. Und ich habe auch eine ganz gute Nachricht für dich, wenn du gleich fertig geschrieben hast. Ich halte mal kurz auf deine Uhr da oben, da steht es nämlich drauf. Reader at sevenstages.de. Genau. Da steht da, reader at sevenstages.de und da ist deine Uhr. Wir sind jetzt hier in Dachau in einem Bürogebäude im wievielten Stock, im dritten, gell? Im dritten, den siebten, da ist es ein siebter Stock da, aber der war jetzt nicht frei. Ich kämpfe darum, dass ich sage, das gibt es doch nicht. Ich will hoch, ich will noch höher. Hier auch, hier sind auch, das Firmenlogo ist auch die sieben Stufen drauf. Also es ist auch ein bisschen durchdacht. Das heißt, Stufe 1 wird klein, 2 und dann bei der siebten geht es so richtig ab. Genau, super. Ja, ich habe keine Fragen mehr, nur noch eine letzte. Wenn man dich auch sehen möchte, du sprichst unglaublich gern von Leuten. Du hattest vor kurzem einen großen Erfolg. Du wurdest eingeladen als Keynote-Sweaker, richtig? Ja, also ich bin jetzt auf dem IMK, Internet-Marketing-Kongress 2018. Da bin ich ja richtig stolz drauf, weil hier wirklich nur Keynote-Speaker, die sind, die in der Branche auch sehr aktiv sind und sehr, sehr erfolgreich. Und bei mir ist es ja so, warum buchen mich die Leute, weil ich nicht nur Online-Marketing mache und viele schreiten im Moment, Online-Marketing, Online-Marketing. Sondern ich habe über meine Erfahrung der letzten Jahre den Bereich Online-Marketing und Offline-Marketing. Und viele sagen eigentlich, okay, mach nur Online-Marketing, so wie hier. Aber es funktioniert nicht. Weil du hast hier zwar Online-Marketing ist eine Hilfe, wo dich um 80% in der Neukundengewinnung unterstützt. Aber die Dinger kommen zurück. Das heißt, du sprichst irgendwann mal mit deinem Kunden. Das habe ich gemerkt. Also ich habe jetzt einen Workshop gemacht, da haben sich die Leute dann gemeldet. Und da hast du geschrieben, ja, jetzt melden die sich um Gottes Willen. Ja, ein Kunde meldet sich. Panik, Panik, Panik. Und da geht es dann auch weiter beim Unternehmen. Und jetzt kommen die. Und da verrotzen auch viele. Jetzt kommt der rauf und sagt, ich bin interessent. Ich sage das immer so, die Leute, die verlieren die auf dem letzten Meter. Ja, das ist so. Und dann meldet sich keiner zurück. Ja, die Leute kommen so, oh, ich habe gesehen in unserem Spam-Filter nach acht Tagen, da war ja eine Mail drin. Sind sie noch interessiert? Am besten eine offene Frage stellen. Ich habe auf meinem YouTube-Kanal, habe ich ein Video drauf. Ich weiß nicht, ob du es nicht gesehen hast. Und zwar, ein Spesl von mir hat teilgenommen am Marathon. Wer? Ein Spesl, ein Bekannter, ein Freund von mir. In Bayern sagt man Spesl. Ein Freund von mir hat am, ich habe 2012 am Wien-Marathon teilgenommen. Er sagt, hey Uwe, das kann ich auch. Sag ich, okay, Kollege, mach. Er hat trainiert, trainiert, trainiert und ist einen Tag vor dem Marathon, ist er, kann ich sagen, in Bayern zum Saufen gegangen, zum Heben, zum Trinken und hat da ein paar halbe getrunken. Ja, schlecht. Er ist gelaufen und bei Kilometer 38, also du läufst beim Marathon 42, hat er es verrotzt. Das heißt, er ist nicht angekommen. Das ist genauso hier. Jetzt baust du dir das System auf, der kommt interessant und dann gibt es noch ein System, das ich auch lehre, auch allen Mitarbeitern, Telefonmitarbeitern. Wie schreibst du dein Angebot, wie verrotst du das nicht? Weil hier auch rauszugehen, wie du gesagt hast, nicht innerhalb von einem Tag anzurufen, wie rufst du an oder nachzuschreiben, das ist schwierig. Also hast du auch hier wieder, du hast 80% online, aber du kommst dann ins Offline rein. Und genau das ist die Kombination, was ich lehre, was ich auch überzeugt bin, nicht nur online zu machen, sondern auch die Verbindung zu Offline herzustellen. Und das ist der ideale Vertrieb. Okay, verstanden. Das heißt, am Schluss wird es rund, kann man das so sagen. Am Schluss wird es rund. Und was du auch schon mal gesagt hast, was will ein Unternehmer? Ein Unternehmer will sich nicht darum kümmern, dass er sagt, Neukundengewinnung. Wenn ich allein reingehe und sage, machen wir Neukundengewinnung, was sagt der Unternehmer, der Mitarbeiter und so weiter? Allein das Wort ist, Magen, Darm, Grippe. Kalterquise. Kalterquise, wo du sagst, Schweißausbruch. Will ich nicht machen. Guten Tag, mein Name ist, ich wollte mal fragen, ja, Klingen, das war es. Das heißt, die Sogwirkung ist natürlich viel interessanter. Die Leute wollen dich. Das heißt, die wollen dich wirklich. Ja, genau. Und die kommen dann auch. Und wenn die dann auch rüberkommen, also wenn die dann auch im Offline-Vertrieb sind, dann auch zu sagen, okay, und wie mache ich es jetzt? Weil er kommt ja praktisch als Sog rüber und will was von dir und ist kein Bittsteller. Ja, genau. Und das ist das Geniale. Das haben wir jetzt auch festgestellt. Ich habe gerade jetzt einen Kollegen, der nickt gerade hier aus dem Saarland. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, so ein bisschen erreicht, dass die Leute merken, die wollen jetzt tatsächlich was von uns. Was interessant ist, selbst Leute, die uns früher nicht mochten, ja, sagen ganz offen, ja, das war ja damals, ihr Produkt hat sich ja verändert. Aber dabei, es hat sich nicht verändert. Ich habe es nur endlich mal erzählt, was wir tun. Ja, es ist oft so. Uwe, wir haben gesagt, wir machen eine Stunde heute, ja. Wir werden uns bestimmt noch öfter sehen, ja, denn ich fand es total spannend. Jetzt sagt doch nochmal, wie man dich findet. Nochmal gerade nochmal, das ist das sevenstages.de, richtig? Also Seven Stages ist in Dachau, 85221 Dachau, in der Schleißheimer Straße 12. Sie erreichen mich per E-Mail unter reader at sevenstages.de. Und jetzt schaue ich nochmal auf meine Visitenkarte, die Telefonnummer für Dachau ist die 08131. Und jetzt warte ab wegen der Telefonnummer, 2777, 677, minus die 0. Und vielleicht kannst du dir vorstellen, was meine Durchwahl ist nach der 0. Die 77. Alles klar, das war Uwe Rieder aus Dachau, ein Vertriebsspezialist, ja, so kann man es sagen, wie er im Buch steht. Und wenn auch Sie Interesse haben, Ihre große, kleine, mittlere Firma mit dem Uwe Rieder zu betrauen, ja, dann scheuen Sie sich nicht. Kommen Sie zu Seven Stages und lernen Sie ihn kennen. Da steht nämlich Bavaria und hier steht Seven Stages. Welcome! Vielen Dank, Uwe. Also, danke schön. Viel Zeit, Servus. Ciao. 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 Vielen Dank.